Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge meines Let's Plays vom Spiel Xrebird. Ja, in der letzten Folge, die hat sich wieder ein bisschen in die Länge gezogen würde ich sagen, haben wir diese Tutorial nach einigen Anläufen endlich erobert und es braucht das Schiff natürlich einen Captain. Jetzt momentan ist ein Marineoffizier an Bord. So einen Captain habe ich glaube ich auch irgendwo, oder? Captain. An einem anderen Ort arbeiten und zwar hier. Jawoll. Ich bitte drum. Okay, kann ich wieder auf die Brücke gehen. So, es braucht das Schiff natürlich noch an Bordtechniker, also Schiffstechniker für das Schiff und Verteidigungsoffizier. Warten auf die Bereitschaft. Ah, das ist meine. Okay. Und die da? Die hat die ganze Station. Genau, also rufen. Äh, nein. Greife an, patrouliere Zone, aber gelehrt. Negativ. Was? Oh, negativ. Ah, okay. Also doch positiv würde ich sagen. So, es braucht ein Techniker und ein Verteidigungsoffizier. Schauen wir einfach mal auf die Station. Gibt es bestimmt einen in der Nähe. Schauen wir mal. Hier ein bisschen umschauen, wo das Sektglas angezeigt wird. Einfach mal Ausschau halten. Okay, da oben ist mal was anderes. Aha, ich wusste, hier ist es. So, ich will undock, ne? Ah, jetzt. Schiffstechniker, die gibt es hier. Sehr schön. Okay, das skippe ich einfach mal. Ups, sind zwei Kisten. Die holen wir ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Leer Silikatgestein. Okay. Das ist ja wieder was Wertvolles. So ähnlich wie Rohedelsteine oder so. Du bist ein Nahrungsmitteländer. Neapilot und sichern Sie sich ein paar echte Schnäppchen. Was verkaufen? Ne? Achso, so. Kann ich Ihnen sonst noch etwas zeigen? Albi und Tagburg. Genau, kann man auch verkaufen. Das war's schon. Tschüss. So, jetzt kommt ein Schiffstechniker. Du bist auch so ein Nahrungsmittelhändler. Gehen wir schnell hier in den Untergrund. Schnell alles einsammeln, was hergeht. Raumfliegen-Eier, illegal. Albi und Tabak, okay, haben wir auch gehabt. Okay. Okay. Haben wir schon wieder alles? Nein, ich hänge fest. Boah, was war das? Hier doch. Ich bin die Raumfliegen-Eier verkaufen. Äh, einen Albi und Tabak. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Darf ich Ihnen sonst noch... Okay, jetzt sind wir endlich los. Jetzt schauen wir hier entlang. Es freut mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir ein kleines Alles erledigt. Was? Hallo Pilot. Raten Sie mal, was ich für Sie habe. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Natürlich. Das war wieder die eine Managerin. Wie her, was wird das anderem? Von der, ähm, vom Farmlabor. Was haben wir sonst noch Sachen? Okay, die können wir verkaufen. Die können wir verkaufen. Mal kurz schauen, was habe ich jetzt bekommen. Logbuch. Also, gebt mir mehr Betrag und andererseits soll ich ihr wieder was überweisen. So. Ich bin bescheuert. Guten Tag. Ich stehe zu Ihren Diensten. Was kann ich dafür, dass sie mir zu viel Geld auszahlt? Okay, hier haben wir ein Verteidigungsobitz. Wenn Sie anheuern, 100.000. Nicht einzustellen, war ein verdammt cleverer Schachzug, Sir. Ja, weiß ich. Okay, und jetzt bei noch ein Bordtechniker. Okay, du bist ein Waffenhändler. Ich habe hier ein paar großartige Angebote. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Ein paar Raketen, Solarjäger. Ein Zehnstück. Wollen Sie vielleicht auch noch etwas anderes? Drei-Stern-Rakete. 26.000 Kratos kostet eine. Uiuiui, ganz schön toll. Stern, Licht, das sind die ungelenkten. Einer, noch fünf Solarejäger. So, mal auf 15. Jetzt müssen Sie rächen. So, schauen wir mal noch. Der Rausbreiter ist noch. Ein Techniker, genau. Ich will vergessen. Wo ist denn da? Da ist eine Kiste. Genau, da ist eine Kiste. Na? Na? Jawohl, können wir. Was bist du für einer? Hallo Pilot. Was kann ich für Sie tun? Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Ich bin Techniker. Selbstredend. Ach, ich brauche einen Mechaniker. Was darf ich Ihnen ansonsten noch anbieten? Können gleich mal folgen. Weil ich alles verkauft habe. Wo es denn einen Mechaniker gibt. Wo ist denn der Rest? Wo ist denn der Rest? Der Rest behalte ich erst mal. Wo finde ich? Ähm, Bewerber. Für... Großschiff. Ah, Techniker heißt er, genau. Selbstredend. Was ist denn da hinten, ne? Ups, falsch. Ah, hier, okay. Ah, halt, stopp. Schneller reinschauen, was haben wir hier alles? Traumsmittelhändler. Regulatierungs-Office. Schwarzmarkthändler. Guten Tag Pilot. Ich habe schon alles verkauft. Was kann ich Ihnen anbieten? Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Äh, ja. Okay, was bist du für eine? Schiffstechniker. Schrothändler. Boah, aber auch. Boah, auf 16,77 Metalschrott. Schiffswärts sind auch ein paar. Okay, nehmen wir dich. Hier, Pilotgrüßen. Wir sagen, wir machen Angebot. Ups, falsch. Schiff. Was, 33.000? Das ist ein Drittel vom Verteidigungsoffizier. Du Anheuernsblitz. Du bei Glücklichsein. Du bei Glücklichsein. Natürlich bin ich bei Glücklich. Okay, jetzt haben wir den auch. Plattform verlassen. Jetzt geht's zack auf zack. Spielwerk gespeichert. Sehr schön. So, jetzt fliegen wir. Wo ist denn sie? Okay, da ist mein Schiff. So, stopp. Bleiben wir stehen. So, gehen wir da hinten in die Mannschaftsquartiere. Und sag den Leuten, wo sie müssen. Eigentlich kommt einfach... So, Techniker. Schiffsstatus. Ah, okay. Sie haben einen anderen Ort für mich. Und zwar... Hier. Willst dich bewegen dorthin. Okay, dann mach das. Bewegt dich dorthin. Okay, ist der schon mal weg? Ähm... Verteidigungssoffizier. Nee. Genau, dort. Beginne mit neuer Stationszuweisung, Sir. Ich werde Ihnen keine Enttäuschung bereiten. Okay, das hoffe ich. Okay. Gehen wir da ins Kopf zurück. Sehr schön. Und jetzt... Ähm... Andocken, ja. Ja, ja. Das erste Mal, den Christen ausgaben. Zack, 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 zack. Eigentlich soll ich gerade mein eigenes Schiff ausgaben. Da ist noch eine. Jawohl. Da sind noch meistens ein paar. Ups. Ja, nicht festpacken. Hier, genau. Eins, zwei. Was ist das? Okay, das ist ein anderes Schiff da vorne. Cool. Könnte die Erde sein. Hier ist noch eine Küste. Bisschen versteckt. Metallschraut. Okay, du bist der Techniker. Pilot, grüßen. Wir sagen, wir machen Angebot. Wir nun gehen. Beteiligungsrufe 10. Beteiligungsrufe 10. Wie viel? Sie sind schwer in Ordnung. Automatisch wieder nachfüllen. Jawohl. Munition nachfüllen. Jawohl. Verteidigen. Feinde angreifen. Verteidigen würde ich sagen. Hm. Jawohl, passt. So, wo ist das andere Personal? Hier, du bist der Marineoffizier. Wie kann ich Ihnen helfen? Du kommst wieder zurück am Bord. Und dann gibst du die Kontrolle des Schiffs dem Käpt'n. Den offiziellen Käpt'n. Okay, dann brauche ich nur noch. Käpt'n. Frau Kate Gisler. Oder so ähnlich. Neuer Befehl. Schiffs-Details. Okay. Ist alles kaputt. Klar. Ähm. Ne, ich gehe wieder zurück am Bord, würde ich sagen. Dieses Modul ist bereit. Womit sollen wir fortfahren? Wie hat es gesagt? Kann ja nur vom Konstruktionsschiff ausgekommen sein. Die sind wahrscheinlich mit der einen Turm jetzt fertig. Aber, bleiben wir kurz stehen. Rufe. Guten Tag. Ich stehe zu Ihren Diensten. Oh, nein. Ja. Ja. so viele große docks gibt es ja auch nicht, wo das andocken könnte war das hier? war das eine große Schiffswirft? ne, es war eine kleine Schiffswirft geht ja kein Schiff, logischerweise nicht ganz andocken ... wird irgendwas... wird gerade irgendwas repariert? ne, natürlich nicht sehr komisch aber ... Hülle 17% das war noch vorhin mal weniger also macht der Techniker seine Arbeit schon wird eh dieses Raumschiff guten Tag ich stehe zu ihren Diensten fliege nach fliege zur Zone soll man wahrscheinlich haben, wo es einen Schiffswirft gab war das hier? ja nein ah Fehler Fehler ähm woher es hingeliegt genau, da haben wir es hin alles hat schon gestimmt alles hat schon gestimmt okay cool jetzt haben wir eine vollständige Gruhe für ein total zerstörtes Schiff würde ich sagen äh schauen wir mal zum Konstruktionsschiff was jetzt fertig geworden ist ich schätze mal die eine Plattform ist es hey, da ist schon einiges fertig geworden und der Taggonsucher cool Waffensysteme 14 geil nicht schlecht echt nicht schlecht okay Herrschiff stehen bleiben Hallo Sir, ich freue mich sehr Ihnen zu Diensten sein zu können Architekt rufen wie nett sich mit Ihnen zu unterhalten, Sir hm Drohnen ausrüsten wieso Drohnen braucht ähm die Station Drohnen Visionsmatch schauen wir einfach mal rein Plankton Farm halt das ist toll die braucht ja auch 5 Frachtdrohnen okay, ja kriegst dann schon 5 Frachtdrohnen werden für die Station benötigt so okay, das können wir schon hin ach ich will das Bauuhrfrauen klicken jetzt Hallo Sir, ich freue mich sehr Ihnen zu Diensten sein zu können Flachtdrohnen sind die da sind die da ändern wie viele wären das? 5 Stück werden gebraucht ups machen wir aber 10 draus dann machen wir nur sicher okay hm ja das müsste reichen ich habe 855.000 Credits okay wie nett sich mit Ihnen zu unterhalten, Sir kann ich nebenbei noch was anderes machen kann ich Ihnen sonst noch etwas zeigen ich meine irgend etwas ok nehmen wir ähm was nehmen wir jetzt da sind überall Tag und Sucher dabei bis es ausschaut wenn ich den jetzt gleich baue ne also die Stufe 1 ist erledigt machen wir Stufe 2 ok da kommen auch ein paar Waffen dazu ok hat 22 mdmb Türme das ist schon mal nicht schlecht die können schon ganz schön Schatten verursachen Plasma-Turm zwei Stück ok das ist nicht so viel aber die machen auch Schaden ok da waren 6,4 ähm Millionen Credits beeindruckend der Bau beginnt nun was ist jetzt los? was ist das für ein Netz? habe ich noch nicht gesehen es war mir eine Freude mit Ihnen zu sprechen ah ich muss aus dem Netz glaube ich raus was soll denn jetzt? ah das Netz hat auch angezeigt wie groß die Station wird aha und zwar da hinten hier wird was angezeigt ui die wird ja ganz schön große Station ok dann fast bis zur nächsten Station schon cool so da vorne ist das Konstruktionsschiff ah das kann ich nicht mehr anklicken ich will erst mal erst rumfliegen Credits zu erweisen ja kriegt er sofort boah das ist wieder ein riesen Modul ey Wahnsinn wo ist das? ich weiß nicht wie ich die mit ihnen zu sprechen Architektrufer aber fast meine ganzen Credits kriegt er ja eine Million 800.000 Credits fehlen noch wow Wahnsinn Sache ist was im Stand oieh das geht ganz schön drauf 1.100 Energiezellen, ey Wahnsinn Ja, nicht schlecht Boah, da wird ja überall was gebaut, wird da hinten was gebaut, hier Dann dort Da hinten wird was gebaut Wahnsinn Ah, das ist wieder eine große Station, auf jeden Fall Da sieht man die Toilette, wo Ah, die hat schon 40% Zyldenergie Das ist wohl nicht schlecht Aber da kann ich einen Screenshot machen Jetzt sind wir die Erde im Hintergrund Geht das? So Sehr schön Gut, was schon wieder, Credit Survivor Verarschen Gibt es doch nicht, oder? Habe doch nicht gerade erst gemacht Erfreut mit Ihnen zu sprechen, Sir? Wie nett, sich mit Ihnen zu unterhalten, Sir? Ja, schon klar, ich muss Credits verweisen, aber ich habe nichts Eieieiei Will ich sagen, ne? Oh, das ist übertreibend, aber in dieser Folge haben wir schon ganz schön was geschafft, haben wir eine Crew für die eine Tutorial, die wohl fast kaputt ist, äh Zusammen bekommen, dann haben wir die Station weiter aufgebaut und ein neues Modul gestartet, also war schon mal nicht schlecht, würde ich sagen Ja, dann würde ich sagen, was ist das für diese Folge, ich hoffe ihr schaltet das nächste Mal wieder hin, weil es heißt Let's Play X Revert, macht's gut, bis dann, ciao! So